In zahlreichen Rollen gab Louis de Finesse den liebenswerten Choleriker, dessen legendäres Minenspiel ein Millionenpublikum zum Lachen brachte. So glänzte er auch 1971 in der Filmkomödie »Hasch mich, ich bin der Mörder«. Im gleichnamigen Stück, das am 12. März 2024 im Gloria-Theater Premiere feierte, mimt Christoph Felbel die Hauptfigur, um die herum ein wildes Katz-und-Maus-Spiel voller überraschender Wendungen und genialer Situationskomik entbringt. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Ja, stellen Sie sich vor, Herr Joe war ein Erpresser. Nein doch! Wir haben bei ihm eine Liste gefunden mit Namen der Personen, die von ihm erpresst wurden. Nein! Ja! Ah! Und ich bin heute hier, weil Ihr Name auf der Liste steht. Meiner? Ihrer! Nein! Doch! Bei der Frage, wessen Leiche jetzt wirklich im Garten vergraben liegt, mischen auch Elisabeth Osterberger, Katharina Krause, Angelika Zeudel, Gerhard Huber und Christian Rofny mit. Vorstellungen stehen bis 5. Mai 2024 auf dem Spielplan. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!